Im vergangenen Jahrhundert gab es eine Praxis, bei der ein Mitarbeiter die Aufgaben des anderen geschätzt und geplant hat. Das gilt heute als eine schlechte Praxis, weil sie die Mitarbeiter demotiviert. Das Stichwort ist intrinsische Motivation. Sie ist leicht zu bewirken, wenn derjenige, der die Arbeit durchführt, sich aktiv an der Planung beteiligt. Mit OKR lässt sich das sehr leicht bewirken, weil die Kiri-Salz den Plan als messbare Ergebnisse beschreiben. Wir empfehlen daher, dass die Kiri-Salz in einem Dialog von den Mitarbeitern gemeinsam mit dem Manager festgelegt werden. Isabella macht jetzt weiter. Ich wünsche dir viel Spaß!